Oh, da gibt es diesen wunderbaren Family Guy-Sketch, wo die nur over-over sagen. What is over, Brian? Over. Heute live aus Hann. Over. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe mich heute auf dem Weg zum Einkaufen gefragt, warum das Führerhaus eines Flugzeugs Hanengrube heißt. Ja, das war es heute wieder bei Zulohnsendung. Willkommen zum Versteht ihr? Hanengrube, Cockpit. Ah, Digga. Ja, versteht ihr, warum das so heißt? Weißt du, warum diese Getränkeart Schwanz Schwanz heißt? Weiß ich auch nicht, aber ich habe mir dann gedacht, vielleicht müsste man es auch richtig mit Hosenstall übersetzen. Ich sage jetzt lieber nichts dazu. Hallo beim Zulohnsender. Hallo beim Zulohnsender. Nee, nee, falsch. Irgendwo anders. Hallo beim Zulohnsender. Ja. Yeah. Heute geht es ins Cockpit. Lobster. Lobster? Das von Lost, was ich da geteilt habe. Heute ist das Jahr 2018. Mhm. Willkommen. Wir haben schon Weihnachten hier bei der Aufnahme. Oh, ich habe sogar schon Spekulatius gegessen. Im Oktober. Ich habe heute auch Weihnachtsgebäck gekauft, und zwar diese Lebkuchendinger. Ah, mit einer Ladenfüllung oder mit einer normalen? Die, die es immer in drei Versionen in diesen Packungen gibt. Eine Version mit Schokolade, die mag ich gar nicht, und dann gibt es die, die sind so braun und nur Lebkuchen, und dann gibt es die mit dieser Glasur. Ah, du magst nur die mit der Glasur. Eigentlich mag ich nur die mit der Glasur, und die Lebkuchen sind auch okay. Nur die Schokolade, ganz Schokolade, sind doof. Was machst du denn mit dem Rest? Für Gäste. Schmeißt das für Gäste, ja. Die hebe ich extra auf. Mario was? Schmeißt du das dann weg, oder? Nein, die esse ich trotzdem natürlich. Ach so, okay. Als erstes oder als letztes? Ich sehe da, wie du da sitzt und weinst, während du gehst. Nein. Aber da stellt sich mir wirklich die Frage, isst du die als erstes, als letztes, oder ist es egal? Zwischen Grün. Die mische ich rein. Das kommt mal, um den Geschmack wegzuspülen. Jetzt kommt mal die Werbung. Es ist ja nicht so, dass die nicht schmecken, aber ich mag keine Produkte, die komplett aus Schokolade sind. Ich mag auch keinen Schokoladenkuchen. Ich finde, Kuchen und Schokolade passt nicht zusammen. Magst du auch keine Schokolade? Doch. Magst du auch keine Sachertorte? Weiß ich nicht. Was ist denn Sachertorte? Was? Nein, das geht so nicht. Ich kenne das Wort, aber ich weiß tatsächlich nicht, was da drin ist. Ab nach Wien mit dir und dann zeige ich dir mal, was eine geile Sachertorte ist. Da ist doch viel Sahne und so drin, oder? Na, gar nicht. Nee, dann weiß ich es. Nein. Dann muss ich das jetzt nachgoogeln. Google das mal nach, während wir da weitermachen beim ... Was war das jetzt? Ja. Hallo. Jan, du kommst jetzt nicht mehr an. Jetzt, wo es losgeht, kommen nur noch Bruchstücke von dir an. Es ist wieder Hybrid in der Serie. Aber wieso das denn? Das kam an. Ich mach doch gar nichts. Ja. Doch, doch. Keine Ahnung, jetzt kommt's an. Ich halt einfach die Hände hoch. Okay. Wo? Die relevante Sache kam eben nicht an. Wahrscheinlich war sie relevant. Wir wissen es ja nicht. Ging doch eine Sachertorte. Alles, was meinen Mund verlässt, ist irrelevant. Ach so, gut. Also, wenn ihr euch ... Liebe Zuhörer, wenn ihr euch wundert, das ist trotzdem noch Jan. Er hat nur ein anderes Mikro. Wir müssen da noch was tun. Ähm, was Besseres hat er nicht. Ich bin heute nicht in heimischen Gefilden, deswegen ... Ja. Ja. Vielleicht merkt ihr es auch gar nicht, aber es ... Sollte ihr nicht wissen, wer das ist, der da redet, das ist Jan. Hallo. Ja, fangen wir doch mal an mit Battlestar Galactica. Ich glaub, das mit dem Cockpit kriegen wir eh nicht mehr geklärt. Nee. Das könnte man bestimmt jetzt nachrecherchieren irgendwo, warum das den Cockpit heißt. Jaja, das verlinkst du dann unter die Folge, kein Problem. Das könnte man. Wahrscheinlich, weil das immer die besten, coolsten Typen waren, die Hähne, die ... Ach, keine Ahnung. Die alle Hähnen bekommen, meinst du? Vielleicht musst du früher immer mit einem Hahn da drin sitzen, wegen irgendwelchen Aberglauben. Wenn der gestorben ist, dann hat man gemerkt, dass die Luft schlecht ist, oder? Ach, das war was anderes. Wenn der Hahn tot ist, stürzt das Spielzeug ab. Na gut. Wir werden vielleicht das nachreichen. Das ist doch ganz einfach. Ich werde es dir jetzt erzählen, okay? Juhu. Also, eine Erklärung für die Verwendung des Ausdruckscockpits im heute gebräuchten Sinn ist, dass im Ersten Weltkrieg diesen tatsächlich ein Loch im Rumpf der damals offenen Flugzeuge war, in das sich der Kampfhahn, also der Pilot, setzte. Okay, ergibt aber schon ein bisschen Sinn. Das war echt offen. Okay. Das klang nur ein bisschen abgelesen, ansonsten war das gut. Danke, du bist so nett wie meine Lehrerin damals. Klang gut, aber ziemlich abgelesen. Gut, aber wir haben die Erklärung damit erhalten und können starten mit Battlestar Galactica. Wo es auch Cockpits gibt. Genau, ich weiß auch gar nicht, wie ich draufgekommen bin. Doch, ich habe irgendeinen Podcast heute gehört, als ich einkaufen war und da ging es um Cockpits und Flugzeuge. Cockpit. Das haben sie doch nicht geklärt. Der Flughanser-Podcast. Gibt bestimmt einen Cockpit-Podcast. Natürlich. Von der Gewerkschaft Cockpit. Genau. Kommen wir zu Battlestar Galactica. Das hast du jetzt schon dreimal gesagt. Ja, aber es hört ja niemand auf mich. Deswegen, irgendwann muss es ja klappen. Episode Nummer 5 von Staffel Nummer 3, die da heißt Verräter oder auf Englisch Collaborators. wurde erst ausgestrahlt am 27. Oktober 2006 in den USA, in Deutschland am 14. Dezember 2007, über ein Jahr später. Klingt auch wie abgelesen. Aber ich habe das natürlich alles auswendig gelernt. Regie führte Michael Reimer und das Buch ist von Mark Verheiden. Der hat sogar eine Wikipedia-Seite. Das hat sonst außer Ronald D. Muhr hier niemand in dieser Liste. Selbst wir haben keine. Selbst wir haben keine, aber es wird auf seiner Seite leider nicht verlinkt, was er sonst so gemacht hat. Er hat bei Falling Skies auch mitgemacht. Das kenne ich auch, die Serie. War das nicht diese Science-Fiction-Serie, wo die Aliens die Erde angegriffen haben und die dann so rumgezogen sind? Da gibt es so wenige Science-Fiction-Serien. Doch, Falling Skies war durchaus gut. Gibt es auch, glaube ich, auf Netflix. Die habe ich da gesehen bis zur dritten Staffel. Bis dahin war sie gut. Überhaupt nicht. Dann wurde die Serie bestimmt abgesetzt. Nee, 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 die ging noch weiter. Ich habe da jetzt nicht aufgehört, weil ich die dann scheiße fand, sondern manchmal ergibt das sich ja einfach so, dass man Dinge nicht weiterguckt. Und so war das da auch. Weil irgendwann, es gibt halt so viel und naja. Aber ich stimme dir zu. Aber Falling Skies war nicht schlecht. Hat auch Spielberg mitgewirkt, sehe ich gerade. Egal, das war Mark Verheiden. Und kommen wir zurück zur Episode. Ben, ich glaube, du wolltest die Zusammenfassung machen. Oder du solltest zumindest. Das hatte irgendjemand gesagt, ja. Ich habe das irgendwo hingeschrieben, glaube ich. Ja, ja, du schreibst immer irgendwelche Sachen hin. Ja, kann sein, dass ich das wollte. Genau, also es wird relativ kurz, weil ich glaube, das meiste sollten wir dann in der genaueren Besprechung machen. Ähm, es sind ein paar Tage vergangen, seitdem die Flotte wieder zusammengeführt wurde und die Menschen von Caprica eben gerettet wurden. Und, ähm, jetzt hat sich eine kleine Schar von Leuten, ich glaube, es sind sechs, äh, zum Auftrag gemacht, Verräter zu jagen. Und die dann entsprechend, nachdem sie sie selbst, äh, Judge Dread-mäßig für schuldig befunden haben, aus der Luftschleuse zu werfen. Und das Ganze passiert dann, äh, zumindest für uns sichtbar mit dem guten Jammer, den wir ja schon aus den anderen Folgen kennen. Aber anscheinend gibt es auch noch mehrere Leute, die dann eben geluftschleust werden. Ähm, das ist, das ist das eine, was wir in der Folge kennenlernen. Das andere ist, dass Gator wieder zurückkehrt in den aktiven Dienst. Und natürlich erstmal von allen gehasst wird, weil er ja die rechte Hand von Gaius Balter war. Ähm, die andere Sache, die passiert, ist, dass, ähm, Tom Zarek und, ähm, die Ex-Präsidentin sich darauf einigen, dass sie wieder zur Präsidentin werden soll, indem er sie quasi zur Stellvertreterin, zur Vizepräsidentin erklärt und dann selbst zurücktritt. Und die dritte Sache, die wir nachher noch besprechen müssen, ist, dass Gaius Balter jetzt mit den Zylonen zusammen auf einem Basisstern lebt. Und, ähm, das zu einem Streit innerhalb der Zylonen führt, weil nicht alle Modelle damit einverstanden sind, dass sie einen Menschen aufgenommen haben. Tada! Tada! Dankeschön. Äh, ich hab da jetzt eine Sache nicht verstanden, die du erklärt hast. Ja. Offensichtlich hab ich das in der Folge nicht richtig verstanden, aber ich komme dazu, wenn wir an die Stelle kommen. Ich hab mir jetzt mal abgeschaut, wie eine kurze Beschreibung geht. Sehr schön. Ich hab grad noch geteilt in Slack. Ich hab nochmal kurz den Marc Verheiden gegoogelt oder geletterboxed. Und der hat tatsächlich zu TimeCop das Drehbuch geschrieben. Mit Jean-Claude Van Damme. Auch im Film, den man eigentlich nicht sehen muss. Ja, muss ich unbedingt mal wieder gucken. Hab ich nicht gesehen. Ich kenn nur die paar Rote hin. Brauchen wir auch nicht. Irgendwie kennt man, also von, von, von Jean-Claude Van Damme braucht man Bloodsport gucken und der Rest ergibt sich von selbst. Kenn ich auch nicht. Street Fighter, Mann. Street Fighter. Kenn ich auch das Spiel. Das war cool. Ja. Ist das das Spiel zum Film oder der Film zum Spiel? Der Film zum Spiel. Dachte ich mir. In Anführungszeichen. Ja. Nee, wirklich? Also das ist doch wirklich der Film zum Spiel, oder? Ja, also ich hab's versucht. Genau wie Mortal Kombat. Da gibt's ja auch einen Film zum Spiel. Ja, Mortal Kombat. Oder Dungeons & Dragons. Oder Double Dragon. Da gibt's auch einen Film zu. Du kennst das Spiel von euch wahrscheinlich. Oder World of Warcraft. Nee, der hieß nur Warcraft, ne? Der hieß nur Warcraft. Jetzt spaltest du echt die Feriengemeinde. Ich würd nicht weitermachen. Kommen wir mal zurück. Oder fangen wir mal an, sagen wir mal so. Du hast am Anfang gesagt, der am Anfang geluftschleust wird. Wer war das nochmal? Jammer. Jammer. Das ist also der, der auch schon in den Webisodes drin vorkam. Ja, ja, genau. Der, der Polizei gegangen ist. Das ist der, der Kelly freigelassen hat. Das wusste ich. Das sagt er ja auch in der Folge. Aber ich wusste nicht, dass das Jammer war. Ich hab den nicht erkannt. Weil der so gut unterlaufende Augen hatte vielleicht. Weil der so in der Heulsuse war. Vielleicht. Er kam ja nicht schon seit Staff Lines vor, oder? Ja. Seit Anfang. Er kam immer mal wieder vor. Aber irgendwie mussten die auch den nehmen. Um der ganzen Geschichte so ein bisschen Gewicht zu verleihen. Wenn sie jetzt irgendeinen anderen Maskierten von einem Polizisten da genommen hätten, dann wäre es irgendwie so, ja, okay. Gut. Er hat immer noch seine Maske auf in dem Verhör. Und wird dann mit der Maske gut gewesen. Du warst Polizist. Nee, war ich nicht. Warum trägst du dann diese Maske? Warum liegt hier überall Stroh? Klack. Ja, aber das stimmt. Da muss ich dem Jan echt recht geben. Das stört mich dann bei den, ich sag mal, bei den Richtern dann. Die sechs Richter. Aber dazu kommen wir dann eh später. Was stört dich daran? Ja, da waren Leute dabei, wo ich mir denke, wer sind die? Und wieso? Und ich fand das irgendwie, ich weiß nicht. So, dass ich wieder mal gerade den Zuschauern was aufzwingen wollte. Da ein Vater, der hat seinen Sohn verloren. Und der wurde nie erwähnt. Aber egal, da ist er jetzt. Naja, der Typ, das ist ja der, von dem ich letztes Mal gesagt habe, das ist Viggo Mortensen in Jung. Der war ja jetzt auch schon mehrmals dabei. Nur sein Sohn war nicht dabei. Ja, aber Jammer wurde ja quasi aufgebaut über die Folgen jetzt, ja. Seit Staffel 1. Aber die hast du ja nie gesehen vor Staffel 3 eigentlich. Ja, der wurde aber so als Widerstandskämpfer eingeführt. Genau, das sind alles wieder vom Widerstand gewesen. Mir hat es halt nicht so gefallen, dass jetzt da irgendwie hohe Tiere beim Widerstand... Aber wüsst, da hat man ja immer schon eine persönliche Meinung. Am Anfang wurde da ja auch nicht klar, also das wird eigentlich ziemlich schnell klar, dass das nichts Offizielles ist, was da passiert. Weil das findet ja alles irgendwie so im Hangar statt. Doch, das wird doch hinterher aufgezählt. Das ist offiziell. Sie haben einen Freifahrtschein von weit oben, aber trotzdem ist es ja nichts Offizielles. Naja, vom Präsidenten. Sie haben den Auftrag vom Präsidenten bekommen. Ja, ja, aber das ist ja nicht öffentlich. Das ist ja Guantanamo. Okay, öffentlich oder offiziell sind aber zwei verschiedene Sachen. Ich meine öffentlich. Okay. Denn während sie, was wir jetzt an der Stelle noch gar nicht wissen, aber während sie natürlich unter dem Siegel des Präsidenten oder Vizepräsidenten agieren, weiß ja Adama nicht, was mit den Leuten passiert, die da plötzlich verschwinden. Ja. Da gibt es ja auch so eine Szene, wo die sich wundern und drüber reden, dass da offensichtlich irgendwelche Leute verschwinden, die schon mal wieder gesehen wurden. Bevor wir jetzt anfangen, noch mal ganz kurz eine Info zu den Leuten, die wir denn noch haben. Denn es gibt jetzt noch 41.435 Menschen in der Flotte. Vor der ganzen Geschichte bei Lay Down Your Burdens in der Folge waren es 8.115 mehr. Das heißt, über 8.000 Leute sind jetzt durch die Aktion gestorben. Aber vermutlich auch durch dieses Schiff, die Cloud 9, die da ja explodiert ist in der Folge. Lay Down Your Burdens. Da waren ja sicher auch ein paar Tausend drauf. Wegatomisiert. Wegatomisiert. Nukular. Das Wort ist Nukular. Muss man eigentlich sagen, eine gelungene Befreiungsaktion des Admirals. Und das stimmt. Das auf jeden Fall. Ja, die wichtigen Leute hat er gerettet. Der Pöbel ist doch egal. Naja, auf jeden Fall machen sie ja dann mit dem ziemlich schnell kurzen Prozess, weil er ja wohl verantwortlich gemacht wird für 20 Leute, die er umgebracht haben soll. Ja, aber es sorgt eigentlich auch dafür, dass der Chief dann ein bisschen drüber nachdenkt. Weil er sagt ja, er hat ja Kelly befreit. Genau. Und er hegt natürlich ein bisschen Zweifel an dieser Sache. Und das ist ja auch eigentlich ein Teil der Folge der Entwicklung halt. Ist das eigentlich richtig, was wir hier machen? Ist das, ja. Und er fragt ja auch dann sogar Kelly später nach der Exekution, ob jemand ihr geholfen hat. Und sie meint dann so, na, na, eigentlich keiner. Oh, warte. Doch, doch. Da war doch irgendjemand. Irgendso ein blöder Polizist hat mir geholfen. Ach ja, okay. Jetzt wo du sagst, der hat sich angehört wie Jemmer. Der war auch genauso groß. Und hat den Jemmer auf seiner Jax gesehen. Ich finde das auch so cool, weil sie verbringen Jahre vielleicht im Dienst zusammen auf der Galactica und dann zieht er sich so eine Socke über und schon erkennt man ihn auch nicht mehr an der Stimme. Der hatte vielleicht auch ein neues Mikro. Ach so. Versingen. Ja, der wird dann geluftschleust. Und dann kommt der Vorspann. Ja, aber selbst wenn Kelly das jetzt so nicht gesagt hätte, ich glaube, der Chief hat ihm das ja sogar geglaubt, dass er sie gerettet hat und hat aber sich trotzdem dafür entschieden, gegen ihn zu stimmen. Wegen den ganzen anderen. Die er auf dem Gewissen hat. Ja, aber ich glaube, er merkt halt, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß. Und das ist ja auch ein Thema der ganzen Serie ein bisschen. Genau, das merkt ja Enders dann auch. Oder das ist ja dann Enders Motiv auch, diese Gruppe zu verlassen. Diese sechs Geschworenen, die sie da haben. Der steigt ja danach auch dann gleich aus. Und dann sagt der Chief, wenn es keine sechs sind, mache ich auch nicht mehr mit, weil offensichtlich haben die da so sechs Geschworenen anstatt zwölf. Ja, es müssen ja sechs sein und die Abstimmung muss eindeutig sein. Also, alle müssen für oder gegen eine Hinrichtung stimmen. Steht wahrscheinlich alles so in diesem offiziellen Schreiben. Ja, oder das ist denn ihr normales Gerichtssystem mit den sechs Geschworenen, weil das haben sie bestimmt bei den Amis abgeguckt mit zwölf. Ja. Genau. Wir machen uns so die Hinrichtung, den Hinrichtungsplot mal durch, nehme ich mal an, oder? Hinrichtungsparty? Ja, das ist ja die Einzige, oder? Zumindest die Einzige, die man sagt. Sie sagen ja, hinterher sind mehrere Leute verschwunden. 13, glaube ich. Ah, nee, nee, es sind mehrere seit in den letzten 13 Tagen oder sowas, glaube ich. Ja. Wobei man dann auch so ein bisschen raushört, wie viel Zeit jetzt vergangen sein muss nach der Rettungsaktion. Also, zwei Wochen ungefähr. Mindestens. Ja, man erfährt ja auch, dass der Lee dann ein paar Gramm abgenommen hat. Ach, ein paar, ja. Ja, dann nehme ich nach später noch ein Date mit dem Springseil. Wo dann sein Vater meinte, spring weiter. Spring, spring. Aber er, da ist er ja schon noch sehr proper in der Folge. Aber wir kommen dann in der nächsten Folge nochmal drauf. Ja. Ganz am Anfang kommt ja dann nochmal die Präsidentin und Zarek, glaube ich. Ziemlich am Anfang kommt diese Szene, dass Zarek nämlich sagt, ich will mitmachen. Und dann sagt die Präsidentin, ach, dann mach doch den Vizepräsidenten. Naja, er bietet es ihr ja an. Ja, er ist ja momentan offiziell Präsident, nachdem Walter tot verschwunden ist. Das habe ich nämlich eben nicht verstanden. Ich dachte, er ist der Vizepräsident jetzt. Genau, aber wenn der Präsident verschollen ist, muss der Vizepräsident einspringen. Das haben wir ja schon in Independence Day gelernt. Schon klar, aber ich dachte, oder Quatsch, nee, Air Force One war das in Air Force One. Aber ich dachte, Roslin gibt jetzt wieder den Ton an. Vereidigt wird sie erst am Ende. Sie war ja abgewählt. Sie war ja nur Lehrerin. Sie war ja abgewählt. Sie war ja gar nicht mehr gelogen. Und hat in der Politik ja gar nichts mehr getan. Sie war ja jetzt nur noch Lehrerin in der örtlichen Schule. Ja, schon klar. Aber die Szene, in der sie sich da unterhalten, da sagt doch Zarek, er will mitmachen. Ja, weil Adama gesagt hat, er droht damit, ihn trotzdem abzuschaffen, weil er will nicht Zarek unterstützen. Ach so. Das ist so klar für ihn, dass sie sein muss. Ja, und er sagt halt vorher, dass er weiß, dass er keinen Stand jetzt in dieser Regierung hat. Ja. Als Präsident würde er nicht angenommen werden. Und das Einzige, und das ist so weit sich, die er beweist, ist, das Einzige, was jetzt die Flotte so zusammenhält, wäre eben, wenn Roslin wieder Präsidentin wird. Er tritt ab. Sie wird neu vereidigt, gewählt vielleicht auch, oder Hauptsache vereidigt. Und dafür wird er ihr Vizepräsident. Oder was auch immer. Aber er weiß halt, wenn er da oben vorne steht, als quasi Vizepräsident des alten Regimes auf Neu Caprica, dann wird das nicht funktionieren in der Flotte. Das ist nämlich das, was ich nicht verstanden hatte, was ich eben meinte. Ich dachte, am Anfang wäre schon Roslin eigentlich wieder die Tonangebende gewesen. Und nachher würde sie erst offiziell vereidigt. Und sie hätte ihn am Anfang dann halt zum Vizepräsidenten gemacht. Aber das war alles nur Zukunftsmusik, wo die sich darüber unterhalten haben. Genau, genau. Das war quasi hinter den Kulissenplan. Das heißt, er ist jetzt wirklich der Präsident. Im Moment. Okay, verstehe. Im Moment, genau. Bis zum Ende der Folge. Ja, wir haben es geschafft. Und das Chorum der Zwölf soll wieder eingerichtet werden. Also dieser Rat der Kolonien. Naja, da kommt eh schon der Gaeta-Part, oder? Ja, der ist ja auch Teil der Exekutions-Teile der Folge. Bevor er aber ausgewählt wird von den, keine Ahnung, wie ich es jetzt nennen sollte, von den Hinrichtern. Breaking News, Breaking News. Phil kommt noch dazu. Yay. Oh, nee, der mag ich nicht mehr. Dum, dum, dum. Wenn Phil da heißt, kann ich euch endlich auch begrüßen. Okay, dann halten wir jetzt einfach so lange den Mund. Nein, nein, mach weiter. Gaeta kommt ja auf die Brücke. Da waren wir, ne? Genau. Und er soll dort irgendwas reparieren, Nachrichten, Kommunikation, irgendwas ist dort kaputt. Und er ist halt natürlich, er kennt es natürlich dort aus, hat es ja gemacht, jahrelang auf der Galactica, und soll helfen. Colonel Tyson ist natürlich nicht sehr zufrieden damit, weil er weiß halt natürlich, ja, er war halt, er ist ein Verräter einfach. Und das will er so nicht hinnehmen und schreit ihn schon an. Wissen Sie, wo mein Auge ist? Ja, genau. Und da gab es wieder so diesen großartigen, oder einen der definierenden, großartigen Adama-Momente, wo er einfach, wo man hört, einfach nur Saul über die Brücke gerufen. Und dann steht er da und sagt, walk with me. Und da gibt es keine Widerworte. Es wird einfach gemacht, was der alte Mann will. Ja. Ich habe etwas verloren. Wissen Sie, wo es ist? Was will der jetzt? Wie verwirrt der, wie der aus der Psychiatrie entkommen ist? Genau, also, um das nochmal ein bisschen zusammenzufassen, Ty wirft ja Gator vor, dass er auch einer der Verräter ist, weil er natürlich der Assistent von Baltha war. Genau, er war Balthas Billy. Genau, Balthas Billy. Das dreimal schnell hintereinander. Balthas Billy, Balthas Billy, Balthas Billy. Nee, Gator war Balthas Billy, Gator war Balthas Billy. Genau, das war ja auch offen. Also, es ist ja nicht so, dass er sich auch irgendwo versteckt hat. Das war ja für alle sichtbar, dass er mit Baltha zusammengearbeitet hat. Ja, und mit der Frisur kann er sich auch nicht irgendwo verstecken. Ja, und so oft, wie er im Gesindelviertel war und den Hund besucht hat, war es auch klar. Das stimmt. Ist der Hund dann auch ein Verräter? Da kommen wir doch gar nicht zu. Achso. Ja. Hundespoiler. Das ist auch die große Wendung. Ja, genau. Und das ärgert mich so an dieser Folge, weil ich finde, dass das in dem Drehbuch ganz schlecht geschrieben ist. Ähm, ich finde die Folge, ich gehe jetzt schon zu viel in die Bewertung, aber das ist gerade diese Szene. Ich finde, das ist sehr konstruiert, diese Szene hier. Ähm, dass, weil der Gator, der hätte dem Ganzen hier ein Ende machen können, wenn der so mit Tai gesprochen hat, wie man mit Tai sprechen muss, nachdem Tai ihn so angeblökt hätte, hätte er einfach sagen müssen, Sir, with all respect, you fucker, äh, fracker, ähm, I was your informant. Und damit wäre das Ganze erledigt gewesen. Dann wäre die Folge ja schon zu Ende gewesen. Eben, und genau, also man wollte halt die Folge genau um dieses Ding, um Gator machen und hat diese Zusammenkunft hier am Anfang gehabt und das hat mich die ganze Folge über beschäftigt und gestört so ein bisschen. Mhm. Kann ich verstehen. Ich habe mir das irgendwie so ein bisschen zurecht gebogen oder so, da ich dachte, der Typ braucht ein bisschen Selbstgeißelung und Leidung und will halt irgendwas wieder gut machen, fühlt sich schlecht. Weil er halt de facto ja wirklich für die Regierung gearbeitet hat, auch wenn er von innen heraus, wie, wie dieser eine Informant für, für die New York Times gesagt hat, sie arbeiten aus dem Weißen Haus gegen das Weiße Haus. Wo man auch denkt, ja, nee. Also er hätte da wirklich schon ein Ende machen können, aber ich fand, ich fand's auch dann bis zum Ende hin ein bisschen konstruiert, dass er, ne, zum Beispiel gegenüber, ähm, Starbuck das fallen lässt. Aber dann diese Auflösung am Ende in der, also wenn wir da hinkommen, das fand ich gut in dem Moment, wie das funktioniert hat. Das fand ich auch gut, weil das nämlich nicht so, nicht so spektakulär gewesen wäre, wie es hätte sein, nicht so übermäßig spektakulär gemacht wurde, wie es hätte sein müssen. Ähm, oder wie man es hätte machen können. Deswegen fand ich das gut. Da wurde halt ein bisschen nicht jetzt die größte Klischee-Nummer genommen, die es gibt. Ja, und was ich wichtig fand, und dann kommen wir jetzt ab, dass es halt alle sechs Leute dieses Gremiums mitbekommen. Gleichzeitig, aus dem Mund eines, der da vor ihnen kniet. Dass alle merken, fuck, was wir hier machen, ist eigentlich nicht ganz richtig, weil wir nicht alles wissen. Mhm. Ja, das finde ich auch gut, genau. Ich konnte halt nur die ganze Zeit nicht nachvollziehen, der hätte das alles halt instantan hier abbrechen können. Der hätte ja ihm gar nicht die Geschichte mit dem Hund erzählen müssen, weil das ja vielleicht Tai gar nicht weiß. Der weiß aber, weil, also kann mir ja keiner erzählen, dass Gator nicht wusste, dass Tai der Chef des Widerstandes ist. Das wussten ja die Zylonen, damit wusste es auch Balter und damit wusste es auch Gator. Ja, das wusste der garantiert. Und Gator hätte nur sagen müssen, ich habe dir den Arsch gerettet und dann wäre es, und dann hätte Tai da gestanden mit offenem Mund und dann wäre es gut gewesen. Mit offenem Mund? Vielleicht, oder er hätte halt gesagt, ja, ach komm, was weißt denn du schon? Ja. Junge. Und dann hätte er halt den Chief. Hätte ich mir bei Tai auch vorstellen können, weil der Chief war ja dann wirklich derjenige, der immer den Austausch gepflegt hat. Ja, aber wenn du den, also das klappt ja bei Starbuck auch meistens, wenn Starbuck Tai konfrontiert und wirft ihm irgendwas an den Kopf, dann, also auf der Ebene kann man ja mit ihm immer sehr gut reden. Wenn man ihn anscheißt, dann ist er erst mal beeindruckt. Und ich glaube, dann hätte der vielleicht im Hintergrund mit dem Chief nochmal gesprochen und dann hätten die das nämlich klären können. Und deswegen hat mich das immer so ein bisschen gestört, warum Gator das hier nicht gesagt hat. Und da kann man natürlich sagen, hinterher sagt er dann immer so ein bisschen, er hat da irgendwie so einen falschen Stolz und will da nicht. Ähm, aber das ist ja Unsinn, also dass er das nicht erzählen will. Starbuck hat das ja dann auch gesagt. Auf der Brücke könnte man vielleicht noch sagen, ist er irgendwie als Untergebener da und will da nicht den Molly machen, aber irgendwie hat mich das gestört ein bisschen. Egal. Auf jeden Fall ist das der Beginn dessen, dass das Gator jetzt irgendwie ins Visier dieser Gruppe gerät. Ja, das war ja so, als sie sich das nächste Mal getroffen hatten, ähm, ich weiß nicht genau, wie es zur Sprache gekommen ist, aber irgendwie war es ja so, dass sie jetzt nur noch eine gewisse Zeit hatten, das Ganze zu erledigen. Denen ist irgendwie die Zeit davon gelaufen und deswegen haben sie quasi nur noch die wichtigsten, bekanntesten Leute jetzt aburteilen wollen und haben sich nicht mehr mit den ganzen kleinen Fichten dann quasi abgegeben. Ich könnte mir vorstellen, weil sie Wind davon bekommen haben, dass es wieder einen Regierungswechsel gibt. Das kann sein. Ich glaube das, ja genau. Deswegen sind ja die Akten durchgegangen und irgendwann sind sie dann bei Gator hängen geblieben, haben die Akte quasi aus dem Stapel gezogen und haben gesagt, den doch. Den kenne ich. Der hat mein Auge. Genau. Auge um Auge. Wie hält eigentlich diese Mullbinde auf dem Auge von Tai? Das habe ich mich gefragt. Man sieht ja gar kein Pflaster. Ist die einfach durch das verkrustete Blut hält die da dadurch fest? War da nicht. Da war doch so ein Tape drüber. Der Film da dran, genau. Das habe ich gar nicht gesehen, okay. Oder es ist einfach reingesteckt, wie so ein Wopf. Der Unterdruck, der hält es. Ah, okay. Vakuum versiegelt. Genau. Ja, wollen wir dann Gator jetzt schnell fertig machen quasi? Haben wir ja ehrlich schon. Wir haben jetzt schon nachgeregt, was passiert. Ja. Ja, er kniet ja quasi vor diesem Gremium und sie sagen ihm, er kann sich ja noch mal verteidigen, so wie die das bei allen gemacht haben. Aber er hat quasi keine Lust mehr. Ich weiß nicht, ob er sich selbst aufgegeben hat. Falscher Stolz. Genau, dass er der Meinung ist, was jetzt kommt, ist das Richtige. Auf jeden Fall sagt er dann nein. Er hat da nichts dazu zu sagen. Er hätte schon alles gesagt, was nötig war. Und Starbuck, die ja die ganze Folge über alle drei Sekunden quasi explodiert, explodiert nochmal und wirft ihm das entgegen, was er ihr vorher gesagt hat, dass er angeblich der Informant wäre und das mit dem Hund und dem Hundenapf, bla bla bla. Und als dann der Chief das mitbekommt, dann hatten wir ja schon gesagt, war für ihn alles klar, weil nur Gator das wissen konnte, beziehungsweise nur der Informant das wissen konnte und sonst niemand. Genau. Also es ist ja auch nur eine Farce. Mhm. Dieses ganze Jury of Peers oder so, also von Gleichgestellten, das sind ja alles keine Gleichgestellten, das sind ja alles wirklich nur Ankläger und Verurteiler. Ja, genau. Man könnte auch Rächer sagen. Man merkt ja auch, die wollen... Rache. Die sind sehr schnell damit ja tot, 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 tot liquidieren und Sanders merkt nach dem Ersten anscheinend auch schon, dass das nicht so läuft, wie er sich das am Anfang vorgestellt hat, weil er war ja immer auf Freiheitskämpfe, auch schon auf Caprica. Anders! Anders! Anders, nicht Sanders. Colonel Sanders, genau. Anders. Genau. Und er hat das alles irgendwie vielleicht, weil er es schon zum zweiten Mal gemacht hat, besser weggesteckt als alle anderen. Die Zeit auf neu Caprica. Weil er hat da nicht alles so aus dem Blick verloren wie die anderen fünf, vielleicht noch den Chief ein bisschen eingeklammert. Aber bei allen fällt dann wirklich der Groschen, nachdem das passiert ist, was Ben gerade eben erzählt hat, dass sie eben alle merken, fuck, es gibt wirklich mehrere Seiten auf so einer Medaille. Wissen wir eigentlich vorher, die die ganzen Dokumente und so bekommen haben? Auch wahrscheinlich von... Von Gator. Von Gator. Von Gator. Die waren ja auf dem Schiff. Achso, die haben die da hergeholt. Ja, die Colonial One, die wurde ja dann eingenommen am Ende der Expo. Ja, ja, genau, aber heißt das nicht, dass... Also die müssten die ja irgendwie zugespielt bekommen haben. Nö, die lagen da ja wahrscheinlich drinnen, als sie das Schiff mitgenommen haben. Die haben ja nichts mitgenommen. Ja. Die Celonen, das interessiert es ja nicht, ob das jetzt dort bleibt, weil... Ja, aber die sechs sind ja nicht an Bord der Colonial One gegangen und haben da alles Papierwerk... Ja, aber der Präsident Zarek hat ja Zugang dazu. Ja, ja, das meine ich ja, dass die von oben zugespielt wurden. Ja, die haben ja den offiziellen Auftrag bekommen, da waren die hatten wahrscheinlich einfach dabei. Okay. Wir haben jetzt hier live aus Mainz Phil. Überraschung. Hallo. Gleich übersteuert. Oh Gott, wir sind komplett sowas aber auch. Ja, da geht jetzt einer. Schimmelwerb. Ich geh. Hallo Phil. Wir haben uns gerade über Battlestar Galactica unterhalten. Ach, das ist ja ein Zufall. Und zwar über Gators Schicksal als Informant. Okay. Das heißt, wo seid ihr denn? Ja, schon am Ende. Also Gator wurde jetzt gerade rehabilitiert sozusagen. Was fällt dir zu dieser Folge ein? Nein, kann ich gerade noch gar nicht sagen. Ich muss euch jetzt erstmal noch zwei Minuten zuhören. Sehr gut, das macht nichts. Ich wollte dich auch nur begrüßen. Du solltest auch gar nichts sagen. Das ist der letzte Worte. Ich muss erstmal ein bisschen reinkommen. Mach mal fertig. Letzte Worte, genau. Du hast dann wie ein Flow rausgebracht. Entschuldigung. Naja, also am Ende kommt es ja nicht dann raus, was sie da getrieben haben. Also das Zerg gibt ihr dazu. Das hat er nicht veranlasst, weil es ist eigentlich Verräter. Und es gehört sich so, ist es richtig so. Und Adama und die Rosslin verurteilen natürlich. Und ja, und dann passiert das eh schon mit der Angelogung, dass sie Präsidentin wird. Und die größte Überraschung ist, das können wir jetzt schon auch so sagen, in der Folge ist, dass sie dann in ihrer ersten Ansprache gleich sagt, wir vergeben ihnen einfach. Man muss nach vorne sehen und die Vergangenheit bleibt halt die Vergangenheit. Ich finde, das ist eigentlich recht mutig. Ich meine, viele sehen natürlich auf Rache aus. Man muss halt alle Seiten kennen und auch verstehen. Aber sie möchten nach vorne sehen. Aber es bringt nämlich nichts, wenn sie anfangen, Menschen zu töten. Finde ich ziemlich gut sogar. Ich habe nicht damit recht. So ein bisschen das Südafrika-Modell. Funktioniert aber nicht so, oder? Doch, doch. Doch, ich glaube so im Vergleich, naja. Also jetzt zumindest in der echten Welt im Vergleich zu, du fährst jetzt einen vollen Rachefeldzug gegen alle, die jetzt halt auf der Verliererseite standen, ist das, glaube ich, für eine Gesellschaft insgesamt schon der heilsamere Weg. Weil die Leute verschwinden ja nicht. Zumindest nicht alle. Sonst könnten wir noch eine Leftovers-Episode draus machen. Oder eine Luftschleuse-Episode. Jetzt shameless plug für The Leftovers. Ja, sehr gut, dankeschön. Übrigens, im Parallel-Podcast, der Impulssender, The Leftovers, Folge 1 und 2, Staffel 1 und 2, schon enthalten. Das war es auch schon mit dem Inhalt, oder? Gibt es noch irgendeine, es gibt gar keine Zweitstory oder keine Behandlung. Gaius irgendwie. Gaius, kurz auf dem Space Star. Am Ende sieht man ja noch, wie Gator wieder in die Kantine geht und sich mal wieder, also so wie früher auch, alleine an den Tisch setzt, weil er war ja der ausgestoßene Verräter, mit dem keiner reden wollte. Aber jetzt setzt sich quasi der Chief zu ihm und nimmt ihn quasi offiziell wieder in die Crew auf. Ja, das war davor in der Folge ja schon einmal den Fall, hätte man denken können, als er da alleine sitzt und immer wieder angestarrt wird und eben Starbuck aufsteht und sich zu ihm setzt. Und man denkt erst, sehr cool, Starbuck springt über ihren eigenen Schatten, hat den Mut, auch sowas zu machen, aber nee, sie fängt halt an, ihn zu trietzen. Hätte man sich auch denken können. Ja, weil Starbuck ist halt sehr, sehr bicharakteristisch irgendwie. Entweder sie ist die Mutige, die Brücken oder Schluchten überwindet oder sie ist die, die richtige Keile reinträgt. Stimmt, ja. Bipolar heißt das, glaube ich. Ich glaube, das ist was anderes. Okay. Okay. Aber das Wort gibt es zumindest. Ein Punkt. Es gibt das Wort. Gott sei Dank. Ein Wort, das es gibt. Hm, gut. Was war denn noch mit Balta? Der ist jetzt bei den Zylonen gelandet, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, und hört Aufzugmusik. Er hört Aufzugmusik. Ja, und hatte diesen wunderschönen Traum. Das war sehr witzig, weil er hat ja dadurch gemerkt, dass das Ganze ein Traum ist, als die Präsidentin gesagt hat, ich war schon immer scharf auf dich. Ja. Es ist ein Traum. Und dann drückt sie ihm so einen richtig fiesen French Kiss auf, nachdem sie sich erst die Brille runterzieht. Ja, natürlich. Und dahinter steht sie, Adama, oh, you don't want her to be angry. Genau, und dann wacht er nämlich auf dem Zylonen-Basisschiff auf und läuft dann noch ein bisschen mit Six durch die Gegend. In einem krassen Frottee-Bademantel. Ja. Ja, er wacht ja am Anfang auf und dann steht da ja einfach nur ein Zenturion. Man weiß nicht, für wie lange das der Fall ist, dass er einfach nur da sitzen gelassen wird. Ist das jetzt für eine Stunde, mehrere Tage? Genau, aber so richtig um ihn geht es dann erst in der nächsten Folge. Ja, man erfährt aber, glaube ich, trotzdem schon in der Folge, warum er da ist und dass sie sich noch nicht entschieden haben. Genau, und was mit sich geschehen soll. So einen kleinen Streit gibt innerhalb der Zylonen. Und es gibt nämlich nur eine Gemeinde. Zylonen-Reihe, die eigentlich noch nicht entschieden hat, was mit dem geschehen soll. Und das ist ja Six. Und da kommt ja dann so raus, dass die auch sozusagen diese Jury von sechs Leuten haben, die da entscheidet, auf der Zylonen-Seite. Wobei das eigentlich sieben sein müssten. Sind ja auch sieben. Drei haben gesagt, er soll weg. Drei haben gesagt, er soll bleiben. Und nur die Sechs hat sich noch nicht entschieden. Okay, dann kam das daher, dass sie gesagt hatte, Six. Und ich dachte nämlich erst, das wäre auch so eine Jury aus sechs Leuten. Aber man weiß nicht, welches Modell sich wofür entschieden hat. Nee, das stimmt. Also wahrscheinlich die Xena hat sich für ihn. Natürlich. Ich habe gerade nachzählen müssen, ob es wirklich, wie viele Modelle es sind. Sieben. Entschuldigung. Hast du einfach von eins bis sieben durchgezählt? Nein, ich bin jetzt gerade alle Charaktere nachgegangen. Und? Auf welche Zahl kommst du? Ich bin noch dabei. Wir haben mal die Reporterin, dann haben wir den Priester. Wir haben Six. Lass das, lass das. Wir machen das eh in der nächsten Folge, weil da geht es nämlich dann genau darum. Okay. Da geht es ja dann zum ersten Mal um die letzten fünf. Aber es geht jetzt um die ersten sieben. Genau. Ja. Ja, inhaltlich haben wir eigentlich alles gesagt. Ich finde auch. Also mehr als diese Haupthandlung war ja sonst nicht. Dann können wir auch eigentlich bewerten. Ja, das habt ihr sehr gut und vollständig gemacht. Was denn? Die ganze Folge. Woher weißt du das? Weil ich sehr großes Vertrauen in euch habe. Das ist die Podcast schon angehört. Das reicht auch eigentlich als Bewertung. Na gut. Ich fange mal an. Ich fand insgesamt die Folge eigentlich sehr schön, weil man sehr gut erkannt oder sehr gut so diese Dynamik hier sieht. Was passieren kann, wenn es so Sieger in einem Konflikt gibt und wie dann eben solche Standgerichte oder solche Rachegerichte da, solche Racheaktionen passieren können. Und gleichzeitig aber auch fand ich dieses Ende eben auch sehr schön mit der Präsidentin, die eben gesagt hat, diese Rache erzeugt nur wieder Gegengewalt und so weiter. Wir müssen jetzt hier, wir müssen jetzt hier einen Schnitt machen und deswegen gibt es diese Generalamnesie. Fand ich eigentlich eine ganz gut gemachte Folge. Was mir nicht gefallen hat, habe ich ja eben schon mal gesagt, war die, dass für mich konstruierte, diese konstruierte Story um Gator, weil der eigentlich in der ersten Begegnung mit Tai in zwei Worten diese ganze, diesen ganzen Konflikt hätte beenden können. Ähm, und das nur nicht gemacht wurde, damit man diesen Bogen konstruieren kann. Ich fand aber trotzdem, wie es aufgelöst wurde, dann hinterher, ja, deswegen gebe ich der Folge acht Punkte. Hm. Ben? Hm. Ähm. Nee, das geht nicht, du hast ja die Zusammenfassung gemacht, gell? Ja. Dann musst du als letzter, tut mir leid. Mario? Ähm, ich bin eigentlich ... Tims Meinung, ich habe dieselben Kritikpunkte sogar und alles, was es auch positiv, ähm, jetzt hervorgehoben hat, ich sehe es nämlich genauso. Das war eigentlich eine sehr gute Folge. Besonders gut hat mir eigentlich der Anfang gefallen mit Gemma, der Part, der hat, glaube ich, schon sieben Minuten oder acht Minuten gedauert, also schon ein Viertel einer Folge. Das fand ich schon ziemlich gut und da dachte ich, boah, ziemlich spannend eigentlich, was passiert jetzt? Ähm, das mit Gator, muss ich jetzt nicht erwähnen, das war mit so künstlich gestreckt einfach. Ich meine, ich kann es verstehen, man wollte das wohl machen, weil, ja, Hauptfigur und so und das muss ja spannend werden. Die Aufwärtsung war auch gut, das Ende fand ich auch ziemlich gut. Ähm, gestört, ja, das habe ich aber schon am Anfang gesagt, dass da einfach so No-Names jetzt irgendwie auftauchen, weil, keine Ahnung. Also, die zwei Frauen kannte ich gar nicht, vielleicht der Typ, okay, das ist halt der, ähm, Aragorn-Schauspieler, das stimmt schon, ich erinnere mich jetzt wieder. Aber, naja, aber trotzdem hat das nicht so einen hohen, so einen großen Einfluss auf meine Bewertung. Ich gebe nämlich acht Punkte. Okay, Jan? Ja, also, die Frauen waren ja auch schon vorher da, ich kenne sie auch nicht namentlich, aber es waren ja auch, äh, Soldaten auf der Galaktika. Ich glaube sogar, Ben, weißt du, waren das auch Viper-Pilotin oder Raptor? Buh, weiß ich nicht, kann sein. Also, die Rothaarige habe ich auf jeden Fall, an die kann ich mich erinnern, aber die zweite kann ich jetzt gerade auch nicht mehr erinnern. Also, diese mit den kurzen Haaren auf jeden Fall. Ach, Moment, doch, ich glaube, das war, doch, doch, das ist eine Viper, Seelix heißt die, glaube ich. Die hat, glaube ich, vorher auch auf dem Hangardeck gearbeitet mit den anderen und ist dann irgendwann Pilotin geworden. Das haben sie, meine ich, in irgendeiner Folge, die wir gesehen haben, auch gefeiert. Also, ich, ja, da ist halt jemand, ne, den, dem, wie aus der dritten Parallelklasse früher, den sieht man ab und zu und ist irgendwie vom Gesicht her im Kopf. Ähm, ich, ich fand's recht wichtig, dass eben das mit Gator gemacht wird. Jetzt nicht, weil Gator eine Hauptfigur der Serie ist, sondern jede andere Figur, die eben der Informant aus der Regierung gewesen wäre, dass das aufgeklärt wird zwischen eben den Leuten, die verurteilen und dem, der verurteilt wird, um, wie ich eben auch schon gesagt habe, zu zeigen, dass, dass es sowas eben gibt und dass man nicht einzig und allein auf den offiziellen Dokumenten, und das machen sie ja anhand dieser offiziellen Dokumenten und Listen, eigentlich machen sie ja fast nur anhand einer Liste, nämlich dieser Todesliste, und er ist ja der, der alles inoffiziell gut und richtig und gegen die Regierung gearbeitet hat. Von daher fand ich's schon wichtig, dass es mit Gator gemacht wurde. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist seine Frisur. Aber das ist ja auch egal. Ähm, ich fand's halt im Mittelstück, und das hat Tim und Mario ja auch gesagt, ein bisschen konstruiert, dass er da zum Beispiel mit Starbuck am Tisch sitzt und es ihr einflüstert und es ihr scheißegal ist, was passiert. Aber ich fand's cool, auch am Anfang zu sehen, die Galactica wird wie ein bisschen aufgebaut und alle versuchen wieder ihr Leben zu finden, sofern das möglich ist. Und diesen Neustart nach Neu Caprica, ich geb der Folge auch, ähm, sieben Punkte. Phil, willst du auch bewerten? Oh, ja, aber ohne jetzt viel inhaltlich dazu zu sagen, weil dazu sind mir jetzt die Einzelheiten gerade nicht mehr präsent genug. Ähm, acht Punkte. Okay. Und zuletzt Ben. Yay. Ähm, ja, ich mein, ihr habt das meiste ja schon gesagt, ich fand die Folge auch gut, weil... Das wollte ich auch sagen. Aber das hab ich jetzt gesagt. Ähm, besonders hat mir halt auch gefallen, das habt ihr ja auch schon gesagt. Dass man quasi diesen Einblick in die Flotte und die Gesellschaft bekommen hat, wie es der Gesellschaft jetzt geht und wie sie sich verhält so kurz nach so einem einschneidenden Erlebnis wie der Rettung von New Caprica. Und von daher... Ich fand's auch tatsächlich ziemlich realistisch dargestellt. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass so ein Mist dann auch tatsächlich passiert nach so großen Aktionen. Und von daher... Wobei ich auch sagen muss, ähm, diese Auflösung, die zu Gators Rettung geführt hat, fand ich im Verlauf der Folge auch zukonstruiert. Ähm, die Auflösung am Ende gut, aber der Weg dahin war so... Aber im Ganzen geb ich der Folge auch acht Punkte. Okay. Vielleicht noch ein Funfact, weil ich ihn vorher vergessen hatte. Im ursprünglichen Skript sollte Gator sterben. Oh. Schade. Letzte Worte. Das wär auch krass gewesen. Ja, jetzt wird mir sehr leid getan um den. Ja. Ja, auch Story-mäßig, wenn er dann geluftschleust wird und sie dann nachher so aus dem Raum gehen und Starbuck so sagt, und der Typ hat gesagt, er wäre unser Informant gewesen mit dieser Hundeschüssel. Ja, aber ich find der Gator, der ist halt so ein extrem likable Typ irgendwie. Ja, total. Er ist für mich jetzt ein, der wenig mit Militär am Hut hat, auch sehr nah irgendwie, als eine Art Wissenschaftsoffizier oder sowas. Und der, der halt kein harter Militärtyp ist. Ja, und auch einer, der immer versucht, so den richtigen Mittelweg zu finden, zwischen Kompromisse eingehen mit der Welt um sich rum, wie sie gerade ist, aber trotzdem versuchen, das Richtige zu tun. Und das macht ihn... Ich find ihn auch oft, so Prädikat, stets bemüht, ohne das jetzt zu negativ... Ja, aber, ja genau, das klingt halt fies. Ja. Aber ohne dabei halt so ganz klar, also so langweilig in dem Sinne zu sein, dass er so ein Extrem ist in die eine oder andere Richtung. Das find ich schön, dass es da so einen Charakter gibt. Ja. Okay, letzte Worte. Generalamnesty. Date mit einem Seil. Mh, Balzars Billi. Hast du ihn gesehen? Generalamnesty aber in zwei Worten. Toll. Das ist viel lustiger, verstehst du? Sind aber natürlich Geluftschleustier. Ah, jetzt, ja. Nein, du musst es nochmal laut sagen. Geluftschleust? Geluftschleust? Geluftschleust. Geluftschleust. Jeder sollte mal geluftschleust werden. Sagt man geluftschleust oder luftgeschleust? Du bist ja... Geluftschleust. Geluftschleust. Muss ich mir mal was lautlooten, wo das drin ist. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Tipptipptipptipptipp. Ciao. Die viel wichtigere Frage ist ja, wird man ins All geblasen oder ins All gesaugt? Geblasen. Quatsch. Diesmal bin ich tatsächlich Timsmein. Das weiß man doch, wenn man Star Trek... Hab ich nicht. Das war, glaube ich, Generations, oder? Ich weiß, kann sein, ja. Ich glaube, Generations. Ich meine auch generell heißt es geblasen. Ja, natürlich, weil du fliegst ja mit der Luft raus, die im Schiff drin ist. Die ins Vakuum geschaut. Ja, bei den Staubsauger fliegst du mit der Luft. Nee, die wird nicht ins Vakuum geschaut. Das Raumschiff ist ja quasi der künstliche Raum, in dem Überdruck herrscht. Genau. Und der wird nach draußen geblasen. Genau, weil draußen Vakuum ist. Genau. Das ist wie im Staubsauger im Vakuum. Vakuum saugt nicht. Ich habe Weltraum im Staubsauger? Nein, das Vakuum, der Druckunterschied zwischen diesen beiden Kammern, der verursacht eben... Das sind bestimmt die Gedanken, die man sich gerade macht, wenn man so auf seine Luftschleuse rausfliegt. Werde ich gerade... Ja, man hat sich das völlig gegrillet. Werde ich jetzt rausgesaugt und dann rausgeblasen? Rausgeblasen. Ich muss das wissen. Aber das ist ja wie, wenn du das Fenster aufmachst im Winter. Es ist ja nicht, dass die kalte Luft reinkommt und warm ist. Wirst du dann auch immer rausgeblasen? Gibt's nur das Fenster und... Das ist, wenn du ganz hoch fliegst und dann die Tür öffnest. So wie Goldfinger. Ja, aber nach der Thermodynamik, da gibt's diesen... Aus dem Flugzeug... Wenn Batman den Robin eine scheuert, weil Robin sagt, mach das Fenster zu, die Kälte kommt rein. Und dann sagt Batman, nein, die Wärme geht raus. Es gibt ja auch keine Kälte, verdammt nochmal. Was? Ja, es gibt wissenschaftlich gesehen keine Kälte. Es ist dann einfach nur keine Werbe. Das ist eine sehr philosophische Diskussion. Naja, entweder bewegen sich die Teilchen oder die bewegen sich nicht. Beides ist einfach nur eine Darstellung der Wärme. Die entsteht, wenn sie sich bewegen. Sehr gut. Machen wir fünf Minuten Pause. Dann machen wir weiter, weil ich muss Essen bestellen. Ich habe Hunger. Ich verhungere immer noch hier in Österreich. Oh, ich bin so voll gefressen. Ja, dann frag ich ja dem Mario was abgeben. So hat wieder jeder andere Erfahrungen gemacht. Dann speichere ich jetzt mal ab und starte das Ding neu. Tö. Ja, und ich hole mir was zu trinken und vielleicht was zu essen. Aber ich bin in fünf Minuten wieder da, spätestens. So lang. Also, weil ich möchte Essen bestellen und so. Ja, und sonst kommt dann wieder der Lieferant und dann muss er mitmachen beim Podcast. Was bringt der denn? Ich weiß noch nicht. Vielleicht bestelle ich mir mal eine Dönerbox. Ich weiß nicht, ob ich sowas habe in Deutschland. Doch. Habt ihr das auch? Okay, gut. Das ist eine Kiste voller Döner. Ja, das ist richtig, genau. Wow. Also Mönchengladbach ist das total super. Also, wir haben bestimmt 25 Dönerläden hier, die das verkaufen. Habt ihr überhaupt so viele da drüben? Boah, hör auf, ey. In Krefeld, wo ich arbeite, die ist bekannt dafür, die hat eine Dönermeile. Das ist eine Straße, da sind, glaube ich, 15 oder 18 Dönerläden auf 200 Metern. Machen die doch Umsatz? Die sind einfach alle nebeneinander. Eine Dönermeile, okay. Ja, die Dönermeile von Krefeld. Okay. Das sind nur türkische Läden halt. Wirklich, es ist auch jetzt nicht irgendwo so eine Eckstraße, wo man so denkt. Das ist tatsächlich die Hauptstraße. Aber jetzt nicht nur so Dönerläden, sondern auch türkische Produkte kannst du kaufen quasi. So Supermärkte und so. Ja, beides. Also, ich glaube, da sind 10 Dönerläden und 5 Lebensmittelläden. Da kannst du auch Türkenstraßen, ja. Aber ist wohl rassistisch. Aber das Lustige ist, dass es immer noch die gleichen Dönerläden sind seit Jahren. Die gehen nicht pleite, die machen sich quasi nicht gegenseitig kaputt. Die gehören bestimmt auch alle demselben. Es kann gut sein. Also, bei einem anderen Namen. Ist das so? Da gibt es auch so eine ähnliche Dönermeile und die gehört wirklich 3, 4 Leuten, die sich untereinander eh alle abmauscheln. Mafia. Abmäuscheln. Ich habe die Fotos geschickt. Oh, die machen echt leckere Döner. Oh, für Fotos. An Aktfotos. Man beachte, wie kein Kabel mehr auf dem Boden liegt. Boah, Alter. Vollkommen kabelfrei. Krass. Das Cable Management. Was ist denn das Schreckliche da hinten im Regal? Sind das Bücher? Das sind Bücher. Alter, Tim. Das ist schön. Ach, Moment. Ich weiß. Das schaut so sauber aus. Das hast du schnell zusammengeräumt für das Foto, oder? Ja, ich hatte jetzt 10 Jahre das Zimmer so eingeräumt, wie ich es einfach schnell nach dem Umzug vor 10 Jahren reingestellt hatte und jetzt habe ich mir gedacht, kannst ja mal richtig machen. Auf der anderen Seite von der Kamera ist einfach ein riesiger Berg mit Müll. Nee, ich war schon mehrmals beim Wertstoffhof. Ich habe schon mehrmals mein Auto vollgepackt. Was steht da? Der iMac selber, das ist doch da schon ein, das ist quasi ein Bildschirm mit integriertem Computer, ne? Richtig. Und was ist unter dem Schreibtisch das mit dem Apfel? Hinter dem Schreibtisch, das ist mein Computer, mein PC. Ah, das ist auch ein Mac? Nee, da habe ich nur einen Apfel draufgeklebt, damit es ein bisschen schöner ist. I see. Naja, da ist der mit dem roten LED. Ja, das ist der Lüfter. Ja, ja. Und links daneben, ist das quasi eine Spiegelung von dem roten Lüfter oder steht da nochmal ein Rechner mit roten? Nee, links daneben, das ist so ein Schaltschrank, wo ich meine Switch und sowas reingetan habe. Achso. Ja doch, sowas ist mein Ziel. Ja, weil dann ist nämlich alles an Kabeln weg. Das lag halt vorher immer auf dem Teppichboden und ist zu Staubmestern. Ja, und wo ist die unterbrechungsfreie Stromversorgung? Die habe ich nicht. So verrückt bin ich nicht. Natürlich brauchst du das in einem Land mit Wind- und Solarenergie. Da geht nachts der Strom weg. Und der Wind. Apropos Wind und Solarenergie, ich habe RimWorld gespielt, bis heute mal um halb vier. Deswegen hast du so früh noch geschrieben. Genau. Weil das ja jetzt released worden ist. Ja. Ach echt? Krass. Hat Ben auf Twitter geshared, dann habe ich das gesehen und habe es gespielt. Aber alle Leute, die, ich hatte das jetzt in dieser Alpha oder was auch immer, Beta-Version, dann hat man das auch als Vollversion. Ja, ja. Solange du es aus Steam halt gedingst. Wobei, ich glaube, über die Homepage kriegst du dann auch die Vollversion. Du musst halt nur irgendwann mal diese 30 Euro bezahlt haben. Ich habe das vor zwei Jahren zuletzt gespielt und es hat sich gar nicht so viel geändert, finde ich. Was damals nur noch nicht gab, war die ganze Welt. Also früher hattest du, glaube ich, nur die eine Karte. Und jetzt kannst du über den ganzen Planeten eigentlich reisen mit Karawanen und so. Ja, und es gibt ja auch andere Basen, die überfallen kannst. Wenn du das mit handeln kannst, kannst du dich woanders dann ansiedeln, glaube ich. Ja, du kannst auch mehrere Basen haben. Ja, genau. Das ist schon ziemlich cool. Aber ich spiele immer auf dem Hardcore-Modus, so weit komme ich nie. Ich spiele immer wirklich, dass man nicht speichern kann. Hast du mal diesen ganz neuen Modus versucht? Oder nur eine Figur? Einem Siedler, der nichts hat, anfängst. Also wirklich nichts, nicht mal Baumaterial. Nee, das habe ich noch nicht gemacht. Das ist hart. Okay. Du hast halt nur diese eine Figur. Du hast keine Nahrung, kein Baumaterial, keine Kleidung, gar nichts. Okay. Also so Minecraft-mäßig. Ja, genau. Aber dann, ja gut, dann kannst du halt auch immer nur eine Sache gleichzeitig machen. Das ist auch ein Nachteil. Ich glaube, ich habe mich schon seit Monaten nicht mehr ins Team eingeloggt. Na toll. Ich habe viel zu tun gehabt. Ja. Das geht automatisch bei mir. Wieso ziehst du denn jetzt in die Schweiz? Erzähl. Neue Arbeit. An der ETH. Uh, da war ich sogar auf Vorlesungen. Echt? Nicht schlecht. In Zürich? Mhm. Das ist ja gar nicht weit weg von mir. Ich habe auch schon mal geguckt. So bahnmäßig. Ich war schon mal. Ich dachte auch, Phil würde näher liegen. Aber von Köln nach Würzburg ist es deutlich näher als von Zürich nach Würzburg. Okay. Dann hast du aber ganz schön langen Weg, wenn wir uns das nächste Mal in Köln zum Filme gucken treffen. Ja, das wird ja erst Ende 2019 sein. Ja, aber da kommen ja noch mehr Star Wars Filme. Mhm. Bestimmt. Ja, oder wir gucken die nochmal in Stuttgart. Oder in Zürich. Wie Episode 7. Genau. Oder wir treffen uns alle in Hamburg. Na, machen wir ja. Wir treffen uns alle in Wien. Wer geht denn nach Hamburg? Keine Ahnung, aber wenn jemand gearscht sein sollte, sollten ja alle gearscht sein. Wieso? In Stuttgart wird Tim zum Beispiel nicht gearscht sein. Ja, aber das ist ja dann unfair. Nö. Dann können wir nämlich alle bei Tim schlafen. Oh. Das letzte Mal war das sehr lustig. Liegen ja jetzt keine Kabel mehr auf dem Boden. Und dann können wir sein neues PC-Zimmer bestaunen. Genau. Belegen. Und ihr kriegt auch keinen Stromschlafen, wenn ihr auf dem Boden schlaft. Wir kriegen sogar einen QR-Code mit einem Gast. WLAN-Zugang. Richtig. Und eine Powerbank an der Theke. Das ist ein Traum, diese Wohnung. Ja. In Zürich ist ziemlich schön. In Zürich ist schön. Sind aber sehr eigenartig die Menschen dort, finde ich. Ja, Schweizer halt. Ja. Wobei, ich glaube, die Schweizer sagen, dass Zürich gar nicht so schweizerisch ist. Aber ich glaube, das sagen die Österreicher auch über Wien und die Deutschen über Berlin. Ja, aber sagen sie es aber nicht nur, weil da sehr viele Ausländer studieren. Und deswegen vielleicht. Kann sein. Musst du auch einen Ausländerausweis mit dir führen? Ja, den muss ich dann auf jeden Fall beantragen. Und ohne den kann ich nichts machen. Ja. Keine Wohnung suchen. Krankenversicherung. Gar nichts. Also du darfst jetzt wirklich gleich anfangen zu arbeiten? Ja, der Arbeitsvertrag gilt als Visum. Okay, gut. Weil dein Freund von mir studiert nämlich auf der ETH. Und der musste, glaube ich, zwei Jahre oder so warten oder ein Jahr. Und dann durfte er jetzt wirklich anfangen zu arbeiten. Der wurde von den Eltern quasi finanziert von Österreich aus. Damit er dort leben kann. Ja, nee. Ich habe da ja direkt. Aber ich kriege da ja einen Arbeitsvertrag. Und der gilt als Visum. Und deswegen kann ich mir auch den Ausländerausweis holen. Ich finde den so krass, diesen Namen einfach nur. Ja, ja. Du gehörst nicht dazu. Ja, ich glaube, das lassen einen die Schweizer schon spüren. Und wir sind gleich Rassisten, wenn wir irgendwas Falsches sagen. Na, die Schweizer waren das ja schon immer. Ja, das glaubt ihr das jetzt. Nein, das waren wir immer schon. Wir können so gut verstecken. Wir wollten das auch schon immer sein. Wir wollen nicht mal ausländische Hunde reinlassen nach Österreich. Ich würde eher sagen, bei den Schweizern ist das so, dass sie so ehrlich sind und zugeben, dass sie sind. Bei uns wird es immer so scheinheilig so getan, als wäre niemand ein Rassist. Und dabei ist es doch so. Ja, es ist ja eigentlich per se schon so. Es ist ja jeder privilegiert und durchs System her ein bisschen Rassist, aber kannst du ja auch nichts gegen... Also, was heißt, kannst du nichts gegen machen, aber es ist einfach die Normalität gewesen bisher. Das habe ich jetzt... Udo Jürgens ist in Zürich gestorben. Mit 66 Jahren. Nee, ich glaube mit 83 oder so. So, ich mache noch das Licht an, dann fangen wir an. Ich mache das Licht aus, dann können wir anfangen. Okay, bis gleich. Was soll ich jetzt machen? Meine Club-Mate ist leer. Dunk. Ah, nee. Nee, kein Alkohol heute. Warum eigentlich nicht? Was? Fuhl mir mal eine Club-Mate. Ich glaube, da sitzen zwei Tim vor im Mikrofon. Kein Alkohol heute. Warum eigentlich nicht? Komm schon, Tim, komm. Das ist so viel im Monitor, aber ich wollte doch Alkohol. Nein, Tim, heute nicht. Kokain reicht. Hui. Die Antwort auf meine Frage ist ganz einfach. Ich habe keine Zutaten für Chunk. Außer Club-Mate. Aha. Schade. Der Club-Mate. Das ist ja ein bisschen ärgerlich. Ich weiß gar nicht mal, was da reinkommt. Ich glaube, das war das gleiche Rezept wie Cuba Libre, halt nur mit Chunk, äh, mit, äh, Mata anstatt Cola. So schaut's aus. Ja. Also Limetten, äh, rum. Und, äh, Rohrzucker. Ja. Und bloß keine Minze. Minze? Ja, so, manche Leute denken, das wäre dann wie im Kaipi so ähnlich. Aber Blattzeug kommt da nicht rein. Ja. Aber da fällt mir Min Chulap ein. Er ist mit Minze. Wie es im Namen steht. Wie es im Namen steht. Wie es im Namen steht. Vielen Dank.